Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ellen Wing auf meinem Kanal. Jetzt habe ich schon fast falsch gesagt. Es war eine etwas längere Pause auf meinem Kanal, was Videos angeht. Es war zeitlich einfach nicht machbar. Und jetzt zur Vorweihnachtszeit wird es wahrscheinlich auch nicht besser. Jetzt ist die Frage, was ich mache. Versuche ich den Knüppel hier noch. Den Drachen. Ich habe ja auch Tipps bekommen von euch. Auf dem Kopf, aber irgendwie. Na ja. Da kotzt ja Folgendes aus. Da war ja was. Bisschen Ablenkung holen, ob das was bringt. Ich habe keine Ahnung. Weiß auch nicht, wie er auf Gift reagiert. Ich würde sagen, wir halten uns jetzt nicht ganz so lange in ihm fest. Damit wir... Ich habe meinen Haufen Tipps von euch gelesen. Ich bin größtenteils jetzt die letzten Tage nicht dazu gekommen zu antworten. Das mache ich immer in Ruhe. Nicht immer auf dem Handy über die YouTube App. Da will ich mir dann doch Zeit für nehmen. Ok. Das ist aber dumm. Manu. Ich komme halt noch gar nicht klar. Ok. Hm. Alter. Ok. Das wird erst mal nichts, aber naja. Zwei Wochen Pause. Was soll ich sagen? Ich verstehe das Spiel gerade nicht. Hey Leute. Wir machen erst mal was anderes. Das wird sonst für uns alle lächerlich schlecht werden. Eine Sache, die ihr mir noch geschrieben habt. Südlich vom Schloss. Da gucken wir jetzt mal. Einfach auf die Karte. Ich weiß jetzt nicht, ob das gemeint ist. Nicht. Wahrscheinlich nicht. Hier ist das Schloss. Südlich davon müsste es noch irgendein Gegner geben. Was war denn hier eigentlich? Das... Muss ich mal gucken. Da muss ich jetzt mal gucken. Da muss ich jetzt mal gucken. Ob ich da einfach hochkommen oder nicht? Und... Ach, da war ich doch schon, oder? Bei dem... Südlich vom Schloss. Hier wohl die Dings. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Aber das kennt ihr ja von mir. Bluthund. So. Verklagen. Hatten wir das schon? Hier, das ist es nämlich noch nicht. Wie komme ich denn am besten rein? Durch das Tor und dann hier runter? Scheinig, oder? Wir gucken mal. Wir gucken mal. Oh, hier durch. Ah. Nervt mich nicht. Nervt mich nicht. Ja, Pustern. Ist immer schön, wenn das Pferd abhanden kommt. Müsste jetzt hier sein. Müsste jetzt hier sein. Okay. So, zwei. So, dahin. Ob das jetzt so schlau ist? Naja. Wer weiß. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir da schon waren oder nicht. Wer wisst, wie es in meinen Orientierungssinn steht. Aber es sieht alles zu neu aus hier. Würde ich schon sagen. Warum immer schwacher? Blocken. Schwacher Feind? Weiß ich nicht. Hehehe. Ach so. Schön. Ein Schmelztiegelritter. Und den hatte ich ja schon mal so Spaß. Das war zu früh. Okay. Warum immer schwach hat. Ich brauche einen nur zwei, dreimal treffen und dann war es das. Haja. Aber ich denke, der ist auch für mich machbar. Malikas Pfahl ist ja näher. Hoffe ich jetzt mal. Ich habe jetzt keinen. Bewusst gesehen, er wird schon hier sein. Hör doch was. Gehen wir nochmal hin. Hatten wir jetzt glaube ich gar nichts, oder? Ja. 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 Vielleicht der schlechteste Zeitpunkt, das mal auszuprobieren. Seh. Oh Mann. Wenn er das macht, geht das aufn Zeiger. Den kriege ich. den Drecksack. Bin ich mir ziemlich sicher. Man, man, man. Es ist schlimm, wenn man zwei Wochen nicht spielt. Also bei mir ist das so, ich bin ja wieder komplett raus aus dem Ganzen. Los jetzt! Alter! Musst du von der Wand wegholen. So, dann halt nochmal. Und ja, ihr habt mir geschrieben, das Wegrennen schneller ist als Rollen. Aber irgendwie habe ich mir das so für die Dark Souls sehr angewöhnt. War schon wahrscheinlich schon immer doof, aber naja. Ja. 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 Jochen. Things zu faire. Ichchester. Wird nichtscaleана! Jawohl, was duitives hier. Den will ich jetzt aber auch packen. Und ja, ich weiß, ich stelle mich doof an, aber ich spiele das Spiel aller 2 Wochen. Und da kommt man halt nicht ganz so in den Flow rein. Das ist so eine... Okay, dann werde ich wohl immer mögen, diesen Schmelztiegelritter. Bin ich immer Fan von. Und wieder dahin. Das ist... Ja, dieser scheiß Schildattacke. Ach, warum höre ich auf euch? Ich finde den Typen scheiße. Um wieder reinzukommen, ist das vielleicht auch ein bisschen demotivierend. Aber ich will den halt trotzdem irgendwie... Ja. 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 Wenn er... Wenn er diesen Kakt rampelt... Warum mache ich das hier? Nach so langer Pause direkt so einen Typen... der mir ja augenscheinlich auch beim letzten mal noch nicht lag warum schwacher feind ja genau genau und schon wieder ich weiß nicht wie oft die schon gestorben sind aber nicht wenig moment ich mache mich mal ein bisschen stärker wird es wahrscheinlich nicht bringen aber ja mann immer wieder diesen wird mir vielleicht erst was nehmen sollen dass mich ein bisschen motiviert das spiel weiter zu spielen denn das ist gerade so ein leidendes problem wenn man das lange nicht mal gespielt hat und dann kommt man rein und macht direkt sowas so WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH mal stärken. Haben jetzt die Hälfte runter bekommen. Wieder. Weiß ich auch nicht wie ich das kommentieren soll. Das ist gerade ein bisschen demotivierend. Ein bisschen sehr demotivierend vielleicht sogar. Es ist. Ach fick dich doch. Ach ja was soll ich dazu sagen. Der tpherze kommt aber auch nicht unter der letzten folge da war deutlich davor ihr wisst das ja nicht dass ich da fast drei wochen pause dazwischen hatte versucht ich will ihn ich will den längenden typen ich werde es vielleicht nicht schaffen die folge bin mir sogar ziemlich sicher dass ich es nicht schaffen werde. Lass mich in Ruhe. Wie lange der braucht zum scheiß kranklinken ey. Leute wir machen was anderes sonst gehe ich glaube ich im stock sonst höre ich euch auf mit dem spiel wir machen erst mal was anderes ich habe keine ahnung was wir jetzt machen. Nach Kaylet würde ich auch nicht unbedingt wollen wo wir da wahrscheinlich am meisten noch liegen haben diese Katakomben zum Beispiel ach weiß ich ich brauche erst mal Erfolgserlebnis bevor ich mich hier weiter durchquäle. Aber das wird wahrscheinlich erst mal keins werden hier ach hier ja 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 genau das kommt erst mal alles wieder jetzt langsam. Das hatten wir das hatten wir das hatten wir das hatten wir da sind wir kläglich gescheitert mal wieder so wo gehen wir jetzt hin. Einfach mal ganz knadenlos nach Kaylet vielleicht finden wir hier was was ich jetzt wo ich jetzt ein Erfolgserlebnis haben könnte ja auf jeden fall vorteilhaft jetzt den kennen wir schon. Hat der irgendwas? Wir haben ja eh nichts okay da war noch sowas. Müssen wir gucken. Ist ja wahrscheinlich hier unten irgendwo hin. Ein Geldtunnel. Den hatten wir auch noch nicht abgeschlossen oder? Kann man den abschließen? Oh das sieht so richtig hübsch aus hier. Waren wir in dem Sumpf schon? Okay. Das ging schneller als erwartet. Waren wir hier schon? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich bin mal ganz normal in Kaylet. Ah ich werde angegriffen. Scheiß Libellen. Ah den müssten wir ja auch kennen. Ich bin mal stark davon aus. Ja der hat ja. Gravitationsmagie. Handbuch des nomadischen Kriegers. Erweitert das Handwärtsreportoir. Hier war ja glaube ich der Drache. Waren wir da unten schon? Ah höchstwahrscheinlich. Was mich ja ein bisschen intrigert. Da hinten ist das so eine Art Kirche wenn ich das richtig sehe. Und das wird ja bewacht bei dem. Oder? Oder wie oder was? Oder war da komplett woanders? Wenigstens etwas. Handbuch des uralten Drachenapostels. Okay. Aber noch was. Moment. So. Durchrollen? Ja. Geht auch. Goldene Rune. Klingt alles gut. Der ist ein bisschen komisch hier. Wer bist du denn? Jetzt habe ich kein Schwert mehr. Ja. Wie zur Hölle habe ich denn das geschafft? Wie habe ich geschafft mein Schwert? Wie habe ich denn das geschafft? Ob ich denn das jetzt verschwert? Stimmt. Ausrüstung wie geschafft. Ausgerüstet. Ich weiß mal ganz. Ich bin komplett verwirrt. Wo ist denn mein Schwert hin? Geht doch. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Aber ja. Ich spiele das Spiel ja quasi erst jetzt. Gestern. Ich bin von oben. Ich weiß jetzt auch nicht. Ob der stark ist. Habt ihn ja nur. Ach. So geht es nicht. Okay. Da ist nicht so leicht. Äh. Lass mich in Ruhe. Hei. Der kommt doch bestimmt jedes Mal wieder. Aber. Ich wollte eine Rune. Hat er nicht. Okay. Was war meine? Naja. War eigentlich viel. Glaube so. Okay. Blume voraus. Fein. Verborgen. Verborgene Pfad. Voraus. Nein. Das. Äh. Versuche ich erst nicht. Ist ja noch so ein Kunde. oder? Okay. Das sind also ganz normale Gäge. Jetzt müssen wir es danach aus. Ah. Okay. Okay. Also müsste man quasi nicht auf die Insel. Aber es passt nicht zu meinem Spielstil. Der beruht ja komplett einfach nur auf äh sterben. Okay. Okay. Viel gerissen haben wir jetzt auch nicht, weil ich einfach nicht weiß, was wir jetzt machen. hier ist doch der. Ja genau. Der bestimmt auch nicht schwer ist. Aber naja. Bei mir ist halt alles bisschen schwer. Beziehungsweise für mich in dem Fall ja. hier müssen wir noch plündern. Quinenfragment. Toll, ne Rune. Okay, ich hab was draufbesprochen. Okay. Oh, ich hab's nervolled. Oh! Denk was! immer noch da war meine stamina und larventräne okay ein material das renale wiedergeboten benötigt vielleicht schlauer bin ich jetzt nicht aber ja wenigstens ein kleines erfolgsgeheimen erfolgserlebnis hier weil ich weiß nicht wie ich die folge zusammenschneide wir machen ja trotzdem einen kleinen cut war nicht die beste folge meinem kanal aber nach so langer pause war das da worten dieser tipps und tricks je nachdem ob ich so umsetzen kann werdet ihr sehen in die kommentare bis zur nächsten folge dann macht's gut auf wiedersehen